Hallo? Ich will nicht, dass du beendet wirst, Video. Moment, nicht so weit. Ja, ich sag keinen Namen. Ich glaub, ich hab falsch gedrückt. Äh, hey Leute! Es läuft noch immer noch raus. Boah, ist das so schnell! Warum ist das so schnell? Ich muss in den Inf reingehen. Wir haben schon 17 Uhr und dann kann ich die Zeit wieder vorspulen. Ich muss in den Inf reingehen. Da! Oh, da musst du Zeitanzeige! Ja! Gut zu wissen. Was ist denn hier innen? Guck doch, da kann man. Geh mal in die Richtung. Da kam ich doch grad her, du darfst. Ja, trotzdem. Wer ist denn in den Inf reingehört? Ah, mal weiter. Pfff! Da wird schon wachsen. Da, 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 da! Moment, Moment! Da! Oh! Oh! Hallo, wo? Oh, ist das aus dem Schild, sorry. Du, ist das aus dem Schild! Hallo, Mutter! Nein! Nein! Doch! Oh, schreck! Tätin! Ich schau vielleicht ja auch nicht an die... Kann die leider jetzt trotzdem nicht tätin. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich geh gar nicht auf M... ... 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 Und dann bin ich Level 17, glaube ich. Ja. Das dauert lang. Ich bin, glaube ich, bei mir Level 3 und hab dann... Norden, Süden, Westen oder Osten. Guck dir auf die Karte, wo das nächste Ding ist, wo wir hinwerfen könnten. Also, wo hast du denn jetzt zu sagen? Sag einfach Norden, Süden, Westen, Osten. Z... Norden. Okay, dann laufen wir richtig. Ich finde, das macht irgendwie mehr Spaß, wenn man so zweit ist und nicht alleine hier so rumlollen soll. Wohl? Keine Ahnung. Du läufst trotzdem noch rein. Ne, du bist doch auch hier... Jetzt hör mal auf, damit! Du hast schon, du hast gerade meine Hand getippt. Du klickst doch hier bumm! Ich habe einen Maschuh. Ja. Das habe ich. Im Winter. Ich habe die Lust, das leise zu machen, weil es für viele Spiele, zum Beispiel Oblivion, genau die richtige Laufstärke ist. Für uns ist laut, für die Typen, die da zuhören. Auch Zuschauer genannt. Nichts. Ah, ein bisschen Idioten. Eine YouTuberin. Eine YouTuberin. YouTuberan. Äh... Wie meint ihr? Ihr seid Idioten. Hier bin ich gespawnt. Cool. Sind das da hinten Kühe oder Leute? Es nennt sich auch Leute. Ich hab vergessen, wie sie heißt. Spike... Spike, Sp-Sp-Sp-Sp-Spike-Freech oder so. Ich freue mich schon auf die Fehlenden oder mit Insekten. Ich esse euch. Weißt du nicht, wie man das macht? Ich weiß nicht, wie die Flaschen dafür kommen. Es nennt sich auch in Läden kaufen. Oh, ich weiß nicht. Dann hat sich mir mein Kaninchen geholt, da war ich im Laden. Hab ich irgendwelche Essensdinge? Hallo? Nee, oder? Oh, es hängt wieder. Irgendwann gleich geht die auf. Weil ich gerade eben zusammen drauf gedrückt habe. Nein, das geht auch um Christus. Ja. Warte. Die sind ja böse. Ja, ich kann doch böse sein. Ich weiß, dass die auch böse sein können. Aber ich weiß nicht. Bei denen, die für zwei sind nur alleine, finde ich die meisten auch noch was nicht. Wie, was ist das? Du kannst mich daran sehen, dass die Haustiere, also Tiere, die dir nicht auf dem Herdvergang anstecken. Ich habe mal nie Geld rumfliegen gesehen. Ich habe das immer verdient, wenn ich Sachen verkauft habe. Äh, das ist wenn man einen Typen tötet. Dann bekommt man Geld. Also ich verkaufe Sachen. Bodies! Findest du süß? Na ja, ich wollte ja gucken, ob ich Essen habe. Dann bleibe ich jetzt die ein paar Minuten stehen. Ach ja, und ich habe ja herausgefunden, wie man jetzt Tiere Namen gibt. Und das mit den 10 Fakten, wovon ich ein Video gemacht habe, mache ich auch öfters. Ab jetzt. Ab jetzt, ja. Und jetzt werden noch ein paar Videos vorgeladen. Oh. Vorher. Was hast du ab dem Wolf geschrieben? Steht da ein Nerv drauf? Oh, steht hier Wolf. Da steht Nero drauf, du doof. Guck, daher weiß ich, dass ich an Wolf ab dem Nero heißt. Das meinte ich nicht. Wir reden nicht von echten Wolfen. Wolfen. Ne? Eindeutige Wolfen. Warum tötest du nicht die Pferde? Um XP zu kriegen. Was ist das? Was ist das? Das ist so ein... Lauf... So ein... Das ist so ein Tiki. Laufdingstar. Laufdingstar. Wunderbar. Wir haben ja irgendwas... Die sind süß. Pick up. Ja, das ist B-Pop. Pick up. Pick up. Ich tötete mal alles, was ich sehe. Was ich töten kann. Totet. 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 Totet ist. Ganz hart. Ich habe mehr Wege da. Was? 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 Totet ist. Totet ist. Totet ist. Totet sitz... Totet,ованияes festgestellt. Totet. Totet ist. Totet. Tot the top Totet ist. Totet ist noch ein grosses m esse Tanz. Was? wenn ich gerade irgendjemand nachgucke. Ich such mir immer solche Leute, wenn ich irgendwas nachgucke. Für sich mal. Hm, trotzdem nicht. Wie viel Power hab ich denn? Keine Hexen, Hexen sind böse. Ja. Direkt ein ganzer Schwarm. Klar, der wird ein ganzer Schwarm. Klar, der wird ein ganzer Schwarm. Ja, ich hab keinen alleine gesehen. Wie schon? Ein viele alleine. Ein und zwei. Viele alleine. Das geht auch gar nicht. Viele alleine, das geht auch gar nicht. Öfters alleine. Kleines verwirrtes Mädchen. Ja. Gut. Aber weiter... Okay. Ich hoffe mal, dass es ein einfaches Ding ist. Und wieder einen dann. Ein üblicher... Ein üblicher... Hundhund. Äh... Zollhund. So. Das war's. Ein Zollhund? Und? Aber für mich war das gerade ein Nilpferd. Ich habe von dem da geredet. Oh! Das andere war ein Wolf. Nein. Aber ich habe es mir auch als wir fett vorgestellt. Aber ich habe es mir auch als wir fett vorgestellt. Warum bleibt es denn Hund da drinnen? Das ist auch Besondergibus. Ja, das ist ein Hunde. David... 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 L升halb vom Norden. Hä... Wie soll ich plötzlich nach Westen? Bestimmt, ich bin einmal so rumgerannt. Ey... ... Was ist denn hier? Was ist denn hier? Warum bleiben wir einfach so richtig? Wenn wir uns nicht sehen. Und dann gucken wir uns... Die Katze lehnt sich wieder auf. Ja, das ist normal. Wie ist er besser als ich? Schneller. Der wird immer so scheiße stark. Schock! Stark! Ja, man kann doch die Sachen auf dem Tisch einsammeln. Ja, natürlich. So ein Ding drin ist. Traum kann ich nicht rein. Und hier ist ein Bottle mit Wasser. Und ich glaube, das sind deine Eltern. Das ist eine Vase. Kein Typ. Ich sehe nichts. Ich weiß. Ich weiß. da ist ja nichts. Ach so, man muss mal ein bisschen. Ich hoffe, man muss den Bruderrennen nicht mehr rein. Nein. Hast du dir keine Frau, wo du das bist? Nein. Ssss. Ah! Die sind doch weg! Was ist denn da? Was ist das? Oh, wasser? Ah! Ah! Autsch! Was sind die? Nicht mehr genug war's. Ja, was? Äh, äh, M.G. Was kam nach hinten für diesen grünen Stein am Anfang? Keine Ahnung. Gibt's auch im blauen so. Aber ich weiß nie, wie ich die einbauen kann. Wir stehen ja bei mir, also erstmal bei Essen. Warum würdest du vermutlich mal, dass wir ins Essen kommen? Also wenn ich mal stehen bleibe, Leute, und dann nochmal eine Aufnahme Neustart, so dann liegt das daran, dass der kleine Bruder hier reingerannt ist. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich bin dann mit roten Armen. Du bist doch feiger, aber mit roten Armen. Ja, ich könnte auch mal wahren. Ja, dann hat er was gegen Rot haben. Was ist los? 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 Ich esse bitte. Was war ich denn schlüsse? Was ist meine Kette in Ruhe, du perversling? Warum war... ... ... ... ... ... Das ist ja noch ein Typ. Nein, stopp! Ja, stopp! Okay, das war es erstmal für diese Aufnahme. Oder wie lange haben wir jetzt schon gemacht? Ich hab nicht auf die Ohren geguckt. Ja. Hast du auf die Ohren geguckt? Nope. Okay, dann war es doch nicht mehr da. Stimmt, ich bin tot. Warte, es ist doch steifhaft. Das was? Ich glaube blind. Der Typ da hinten nennt mich am Achsen. Goblin. Ja, was ist das jetzt? Hallo, Goblin, hallo? Ich kenne diesen Namen. Ich kenne diesen Namen. Goblin. Ich kenne diesen Namen. Goblin. Ist das ja nicht Franziska? Ja, aber der hat doch viele Namen. Goblin. Dann wird der noch... Wie heißt der noch? Der Typ aus Zell der Ringe. Goblin. Das ist Goblin. Der hat nen speziellen Namen. Der Typ aus Zell. Der Typ aus der Zell. Das könnte den genauso mit Dobby sein. Nein. Doppby ist...